Ja, Kaffee kurz vorm Einschlafen ist eigentlich keine gute Idee, aber das Problem ist ganz einfach, wird hier gar kein Audio aufgenommen. Doch, jetzt sehe ich es. Als der Zombie mir in die Ohren gebrüllt hat, habe ich den Pegelausschlag jetzt gesehen. So, dann lassen wir nach oben in die Stephansburg. Ach ja, ich habe so richtig gar keinen Plan, was ich jetzt machen will und was nicht, weil das Ding ist, es ist so kurze Zeit. Wir müssen wahrscheinlich diese und noch eine Runde in der Stephansburg spielen, damit wir, ich möchte eigentlich bei den fünf Stunden bleiben. Bisher noch keine Folgenausfälle, keine Zusammenlegungen und so weiter, aber mein Vorrat an Folgen schrumpft. Ich hatte in meinen besten Zeiten fünf Wochen vorproduziert, das ist jetzt auf zwei bis drei Wochen geschrumpft, also ihr seht schon, ne, dieser Weg, ne. So, ähm, wir sollten auch uns Netherrack besorgen, sehe ich gerade, damit wir das hier mal fertig kriegen. Schnauze-Hundi, ich habe für dich jetzt momentan überhaupt gar keine Zeit, ich muss mal nach draußen gucken, ob, ähm, wir irgendwie schon Ärger hatten. Ne, es wird gerade Abend, okay, das wird interessant werden. Huber, äh, wir können mal hier oben ein bisschen was wegbauen, sehe ich gerade so, da können wir nämlich hier mal den Boden und die Decke schon mal machen. Ja, das wird alles ersetzt, weil das hier ist das Arkane-Institut. Äh, ich sollte nicht zu viel, weil sonst gibt es hier Unglücke, weiß Bescheid. So, äh, da fehlt ausgerechnet einer, na, prima. Äh, so, Treppenstufen haben wir auch noch. Ja, ich sollte möglichst viel wegbauen von dem Kram, von dem Ganzen hier, weil, na, wird, äh, sonst inventarmäßig ein bisschen problematisch. Äh, und wo baue ich hier bloß einen Lagerraum hin? Ich habe schon ein paar Ideen, aber, ähm, die sind alle nicht so ausgereift. Aber wir brauchen hier bald einen Lagerraum, weil hier ganz einfach sehr, sehr viel Material in den Truhen drin ist. Und ihr wisst ja so, wo das am Anfang noch vielleicht, äh, ja, äh, übrigens, da muss ich auch gleich noch was erzählen, um zu viel zu erzählen. Ich komme hier mit gar nichts zu Ende. Ähm, doch. Ich muss jetzt weitererzählen. Also, ich hatte von dem Rat erzählt, es gab es nur in Schwarz, äh, in Schwarz, äh, am Anfang. Ähm, also, und da war es nicht montiert. Habe ich gefragt, habt ihr denn hier ein gleichwertiges Rad montiert? Ja, sagt der Fahrradhändler. Ich so, ja, kann man das mal sehen? Ja, sagt der Fahrradhändler. Entschuldigung, wenn es Zweirad raus wird, aber so kam es rüber. Äh, ja, und dann führte er mich in den Hinterraum und dort war ein fertig montiertes Rad und es war dieses wunderschöne Metallic Grüne. Und ich dachte mir, warum denn nicht gleich so? Das ist perfekt. Ist das nicht eine Schönheit? Ich muss es nochmal zeigen. Äh, ich finde diese Farbe. Oh, das ist, äh, also, ich bin sonst nicht, äh, naja, gut, Auge ist mit, ne? Äh, äh, ich wollte gerade sagen, ich bin sonst nicht so der, ähm, ja, ich möchte einen Computer kaufen. Welche Farbe hat er denn, ne, Anspielung auf, äh, die Bandis? Ähm, so, dann haben wir das weggebaut. Ich müsste jetzt noch schlafen gehen, weil sonst, äh, oh, es schneit, geil! Aber, äh, das kann ich jetzt nicht genießen, weil ich will jetzt nicht mal nach draußen rumlaufen. Ich bin einfach irgendwie heute nicht... Naja, auf jeden Fall, ich war verliebt in dieses Grüne Rad, ne? Und, ähm, ich wollte eigentlich nur gucken, was es für Räder gibt und so weiter und so fort. Ich wollte eigentlich gar keins kaufen. Ich konnte es auch nicht. Äh, ich hab halt so gedacht, so von wegen, wenn ich ein bisschen spare und so weiter, jetzt, wo auch Geld reinkommt, ne? Dann könnte man ja... Haben wir denn hier noch? Den Blackstone packe ich jetzt hier mal rein. Vielleicht sollten wir mit, äh, Crying Obsidian bauen, ne? Ja, wenn wir mit den, äh, Zorglands, äh, Poglands handeln, dann könnte das glatt was werden. So, Endeside und Cobblestone, ähm, ich überlege gerade... Hier sind die ganzen Bücher, ja, die müssen dann doch, äh, naja, super, wir wissen so viel. Meine Lieben, es wird, äh, wird kein Ende nehmen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ich konnte mir das Rad eigentlich noch nicht leisten. Und, aber die liebe Person, die mich halt gesponsert hat, war dabei und sagte so von wegen, also, sie hat da so ein bisschen Rücklagen und so weiter und sie meint so, Komm, äh, wenn du dieses Rad so lieb hast, quasi, äh, dann soll es deins sein. Und, ähm, ja, seitdem bin ich grenzenlos glücklich mit diesem Teil. Ey, ich freue mich morgens so auf die Radfahrt und ich habe in drei Wochen vier Kilo abgenommen. Freunde, das werdet ihr echt nicht fassen können. Ja, also, ich bin, ich heize da ordentlich rum, ich mache da ordentlich was weg an Kilometern und, äh, wie gesagt, ich fahre auch Umwege dann von der Arbeit nach Hause fahre ich Umwege, weil es solchen Spaß macht, mit dem Rad zu fahren. Die Gangschaltung, ein Traum, äh, also, ich muss euch dazu noch sagen, also, mein bisheriges Rad, ne, wie gesagt, es wäre eine Kostenfalle geworden. Ich hätte so viel, ach ja, übrigens, falls ich hier nicht richtig ausgeleuchtet bin, meine eine, ähm, ich habe hier so zwei Bürolampen, mit denen ich normalerweise mein Gesicht anleuchte, die eine Lampe ist ausgefallen, da muss ich mir eine Glühbirne kaufen. Die Investitionen hören nicht auf, Freunde. Ja, äh, wisst ihr was? Weil es gerade so schön ist, ja, ist jetzt die Spitzhacke kaputt. Äh, warte, äh, warum wird mir die Iron Hole eigentlich nicht mehr hier im, äh, Dings da angezeigt? Guck mal, das will ich nämlich machen eigentlich mehr, weil, das ist, äh, nicht ganz so, äh, Oldschool Minecraft, ne? Ich liebe Oldschool Minecraft, aber, äh, es gibt Grenzen, sagen wir so. So, ja, bauen wir hier schon mal, guck mal, ey, meine Stimme, bauen wir hier schon mal so ein bisschen am Arkhan-Institut herum. Hey, hör auf mir ins Gesicht zu schlagen, Tür, sonst schlage ich dich. Das sieht jetzt aber komisch aus. Oh, Mann. Ja, ich glaube, ich falle bald aus auf der Arbeit. Äh, ich würde ja vielleicht arbeiten, aber das Ding ist, äh, gerade in Zeiten wie diesen, wird es sicherlich nicht gut ankommen, äh, wenn ich auf der Arbeit, ähm, mit einem grippalen Infekt ankomme, ne? In fact, wäre das nicht so, nicht so empfehlenswert. Äh, ich hab nicht genügend, oder? Ne, fehlt einer, okay. Ähm, hier sollte ich gleich wieder Fuck-Kehlchen dran packen. Alter. Ja. Schauen wir mal, was wir heute gebacken kriegen. Auf jeden Fall, äh, habe ich dann dieses Rad gesponsert gekriegt und bin so fucking glücklich und fahre gern damit. Ja, das alte Rad wäre wirklich eine Kostenfalle geworden, da hätte ich, äh, mich tot bezahlt. Ich hätte nicht nur die Bremsen ersetzen müssen, ich habe ja schon gesagt, ähm, also das Schaltwerk vorne und hinten habe ich bereits ersetzt, aber diese ganze Hebelgeschichte am Lenker, ne? Das war so Gripshift, ne, zum Drehen. Äh, ich fand das am Anfang so schick, ne? Ich fand das so schick, so klick, 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 klick. Die Dinger sind so unpräzise, äh, und für meine Begriffe unintuitiv. Jetzt habe ich diese wunderschönen Raufschalt, Runterschalt, oh, das ist so geil und man kann mit dem einen Hebel gleich mehrere Gänge runterschalten, oh, so super, das macht so einen Spaß. Ja, ich habe Spaß. So, weißt du was, wir machen mal eine kleine Tour, äh, aber erstmal, komm her, Hoses wechseln, die Unterhose wechseln. Und auch die Überhose. Äh, ich muss noch mal kurz gucken nach oben. Äh, ob wir da oben wirklich keinen Netherrack mehr haben, weil, wenn ja, würde ich den ja schon gerne braten. Äh, Crimson Stem, ja, davon brauchen wir mehr, weil ich möchte hier auch da, wo hier die Holzbalken sind, und wahrscheinlich auch die Zwischendecken aus Crimson Wood machen. Jo! Größenwahnsinn ist mein zweiter Vorname. Äh, wie viele Vornamen habe ich denn schon inzwischen? Ach, guck mal, Netherrack. Crimson Planks. Da kommt mir doch eine ganz verrückte Idee, weißt du was? Komm mal her. Mojang, wir brauchen einen Holzschneider. Ja, dringend. Nee, nicht so dringend. Ähm, der Druckplaner müssen wir dann auch auswechseln. Das ist ja fast wie mein altes Fahrrad hier. Weißt du was, Hundi? Steh mal auf, sonst hast du gleich einen Unfall. Hä, 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 hä. Ja, das kann durchaus passieren. So, jetzt kriegen wir hier natürlich richtig viel von dem Spruce Wood. Ich hau hier mal ein paar rein. Das sieht doch schön aus. Hundi, du wirst gleich einen Unfall haben. Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Ja, und die ganzen Balken da werden auch ersetzt. Das wird schön. Nicht. Äh, du weißt warum, ne? Äh, viel Autsch, ne? Und wir haben ja letztes Mal hier gerade wieder in den Abflug gemacht. Gott, hab ich mich geschämt, als ich die Aufnahmen angeguckt hab. Digger, schon zum zweiten Mal hier abgeschmiert. Ja, und ich komme mal wieder raus, was ich erzählen wollte. Also. Ja, äh, also ich hätte vorne, Am Lenker diese ganzen, äh, die ganze Schaltung auswechseln können. Und weil das gekapselt ist mit der, mit den Bremshebeln. Ähm, und die Bremshebel waren aus Plastik. Boah, was für ein billiger Scheiß. Und haben voll schwammig sich angefühlt. Jetzt habe ich da so richtig schön Heavy Metal. Na, also, boah, alter. Nee, äh, und das hätte alles ausgewechselt werden müssen. Wahrscheinlich, und das, äh, Rad hat auch so ein äh, sehr seltsamen Lenker so mit so einem, so fast achtförmig, also so irgendwie rund. Das war ganz geil, weil man da so, äh, in verschiedenen Positionen anfassen konnte. Ähm, aber auf andere Arten und Weisen wiederum unpraktisch. Kann ich jetzt eigentlich nicht so recht erklären, warum das unpraktisch war. Oh, naja, alter, der Hund hat sich gerade wehgetan. Naja, auf jeden Fall, äh, ähm, dann hätte wahrscheinlich auch der Lenker ausgewechselt werden müssen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, hier, und dann sind wir auch schon wieder durch damit. Wir müssen mehr Crimson, äh, Fungi anpflanzen, ne? Wegen Carmesin-Fungi. Und die, sag mal, willst du unbedingt Selbstmord begehen, du blödes? Oh, alter, das Viech bringt sich wirklich noch um. Äh, jetzt ist er da durch die Lücke gefallen. Aber magst du Schweinefleisch, magst du Schweinefleisch, magst du Schweinefleisch gebraten? So, kannst du auch sitzen bleiben. Ich hab jetzt die Schnauze voll von dir, du blödes Viech. So. Warte mal, äh, natürlich erst mal Inventar ausrollen. Ja, das wird hier langsam. Langsam. Äh, mit Betonung auf langsam. Ja, so. Äh, Crimson-Kram kommt hier wieder rein. Nether-Rack beraten wir mal durch. Da holen wir uns gleich noch mehr. Aus dem guten Meter. Ähm, ja, ich würde gerne die Bücher rüberbringen. Ähm, wir haben so einen neuen Erfahrungslevel. Aber das wird ja bald ein Ende haben, mit dem, äh, mit dem Grinden nach Erfahrungslevel, weil ja, Schwert, ne? Das Schwert, da müssen wir drauf aufpassen. So, Bett nehmen wir mit in den Nether, weil wir schlafen müssen vielleicht. Ähm, ich weiß noch nicht so recht, wie das Ganze jetzt wird. Ähm, okay. Da haben wir hier eigentlich einen Eimer. Nochmal, äh, also ich will jetzt noch nichts machen, aber ich will halt mal eruieren, ob wir ein, weißt was? Das ist zwar totaler Blödsinn, aber, totaler Blödsinn ist mein hundertster Vorname. Äh, einfach nur, so. Da haben wir einen Eimer. Weißt was, dann mache ich das tatsächlich mal. Ähm, wir bräuchten aber noch einen zweiten. Die Fachleute werden wissen, warum. Und, äh, ja, den sollten wir irgendwie mal füllen. Ja, aber wir gehen ja sowieso nach unten. Insofern, äh, wollen wir da mal runterspringen? Nö, nicht schon wieder. Äh, Hund. Hund, kommst du da mal raus, du? Kacktöle. So, warte mal. Äh, ja, springen da runter. Springen da runter. Das finde ich ganz toll. Ich hätte ihm den Wassereimer über den Kopf schütten sollen. Äh, ihn so da runter waschen. Nö, auf jeden Fall, äh, also an dem Rad hätte dann wahrscheinlich auch der Lenker ausgewechselt werden müssen. Dann hat sich das Tretlager in letzter Zeit schon bemerkbar gemacht, dass das irgendwie den Abflug machen wollte. Also, ich hätte wahrscheinlich das ganze Rad auswechseln müssen. Dann ist noch dazu, das ist ein Fully. Äh? Was soll das? Warum ist da jetzt ein Loch im, im Meer? Äh? Kannst nicht glauben. Ich lass das jetzt so. Das ist mir zum Kotzen egal. Mach die Tür zu, Digga. Äh, Tür zu. Aha. So. Ich penne mal ne Runde. Äh. Dieses Gewummer. So. Ihr hört das hoffentlich nicht und das geht auch hoffentlich nicht in die Aufnahme rein. Weil wer weiß, was für ein urheberrechtlich geschütztes Hibbeldi-Hobbel, der da hört. Gerade unsere Freunde mit dem dicken Goldcat haben es ja so mit ihrem Urheberrecht. Äh. Da hast du ganz leicht mal irgendwie einen Strike. So. Ähm. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken. Wir brauchen Nemlidge. Also, das wirst du jetzt sowieso alles sehr, sehr seltsam finden, was ich jetzt hier mache. Ähm. Ja, ja, muss ich alles abbauen. Also, ja, 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 ja. Ah. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich muss nur meine Maus kaufen. Ja. Werde ich nächsten Monat machen. Momentan ist das nicht so opportun. Ich muss jetzt die Fackeln umplatzieren, denn die hier auf dem Boden werden gleich nicht mehr sein. Wir wollen ja nicht, dass wir hier Besuch bekommen vom bösen Skeletor-Mann. Oh, dieses Gewummer. Ich kriege hier... Ne, das nervt total, weil der Typ die ganze Zeit den gleichen fucking Rhythmus da unten hört. Ich glaube, die sind da auch am Hippeldi-Hoppen, also am Rappen, die Deppen. Äh. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Seite. Ich sollte mir mal die Seite markieren, weißt du was? Äh, fuck. Was wollte ich eigentlich weg haben hier, aber... Äh. Ja, ich weiß, ich bin nicht nur ein bisschen chaotisch heute. So. Wo war denn jetzt die Leiter? Ich muss nämlich... Den... Funk mit der Leiter... Jetzt renne ich hier und suche nach der Leiter. Hä? Warum ist hier noch ein Klotz? Hä? Hä? Also... Jetzt werde ich langsam... Da. Genau da. Und an dieser Seite, weißt du was? Ähm... Ich möchte... So. Oh, fast zwei Folgen. Ich hoffe, ich bin euch hier nicht zu chaotisch. So. Ähm... Ich müsste auch mal was anderes noch machen, weißt du was? Weißt du was? Was hier vorne... Muss ich sowieso ausgraben? Habe ich denn überhaupt... Äh, doch da. Ich dachte schon. So, die brauchen wir erstmal nicht. Deswegen können wir die da erstmal... Äh... Hier könnte ich mal... Und war das nochmal... Ähm... So und... Äh... So. Weil wir werden das öfter brauchen, glaube ich. Äh... Wir müssen nämlich jetzt einmal hier den ganzen Boden auffüllen. Mit Dirt. Hab seine Bewandtnis. Weil ich muss was ausmessen. Dann können wir nämlich... So mal anfangen mit Dingen. Hallo? Äh... Fuck. Ja, nö. Dieses Geboller. Ne, ähm... Ah, jetzt bin ich total ausm Konzert. Und ich komme hier auch nicht mehr hoch, hoch. Doch, komm ich. Äh, äh, okay. Ähm... Ich muss nochmal nach oben. Da müssen wir wahrscheinlich dann doch noch Erde holen. Ich könnte hier auch welche ausgraben, irgendwo. Äh... Hier besser nicht, oder? Äh... Ähm... Pandemie. Äh... Ja, hier, das darf ich nicht ausgraben, sonst kriege ich ein Problem. Ja, aufgrund unserer geliebten Pandemie können wir ja jetzt auch nicht einkaufen gehen und click and buy, ähm, oder click and collect, äh, erschließt sich mir irgendwie der Sinn nicht. Da kann ich gleich online kaufen, weil da kann ich es auch nicht ausprobieren, äh, oder in die Hand nehmen. Äh, äh, das ist ja der Sinn und Zweck, äh, das, äh, einkaufen sozusagen an der Front. Und dass man halt hergeht und, äh, auch mal zum Beispiel halt die Maus in die Hand nehmen kann und schauen kann, wie fühlt die sich so an, wie ist das Gewicht so, ist das gut so, oder ist das eher nicht? Äh, so, guck mal her, machen wir doch das auch noch.